Sehr interessante Sache muss ich sagen. Es ist echt sehr geil gemacht hier und ich finde doch geht es hier oder ist Klobär sogar oder es geht jetzt noch hier lang nach. Ja, na. Auf jeden Fall geht es dann noch hier weiter. Oh, hier ist auch noch einer. Guck mal. Sehr gut und hier schaukelt noch einer. Goldener Frosch. Hm. Warte, du willst nicht in diese Sache getrunken. Wir sollten versuchen es zu fern. Warte mal da. Fern ich es zu fern. Oh. Smarag. Fern ich es zu fern. Ich brauche etwas Schaufes. So, das muss ich wahrscheinlich erst noch schärfen, ne. Gehen wir mal kurz hier zurück. Ich tue einfach mal hier ein bisschen worpen. Der fehlt hier unten. Da fehlen jetzt noch zwei fürs Rätsel. Gehen wir mal wieder zurück worpen. Äh, hier haben wir nichts mehr noch. Nein. Wahrscheinlich haben wir nichts mehr. Glocke. Müssen erstmal hier mal weiter gucken. Was hier noch so gibt. Wahrscheinlich gibt es hier noch einiges zu gucken. Oh, jetzt ist das erste Rätsel. Kann das sein? Äh. Wieso? Vertausche die Kacheln, um Pfade zu bilden. Durch die Feuer und Wasser nach unten gelangen. Wähle die Schalen aus, um den Fluss zu starten. Achso, du musst den schwer formen. Achso. Äh. Ach, die sind fest hier. Oh, die ist fest. Ach, die kann ich wohl nicht machen. Ich sag das auch gleich. So, so, so. So, so. So, so. Hm. Das will ich schon. So. Und das hier. Äh. So will ich das haben. So will ich das haben. Oh, da haben wir gar nichts, dass das so geht. Ne. Ne. Irgendwie. Ne. 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 Haben wir nicht mehr. Leider. Ne. Das haben wir leider nicht mehr. Muss das denn so gehen hier? Es geht so. Äh. So. Ähm. Da geht es hier hoch. Ach, das muss doch lang. So, so, so. 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 So, so. das ja dann noch mal rüber und hier runter so 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 oh läuft schon mal das läuft schon mal jetzt müssen wir noch das hier machen das geht jetzt bis hier komm ich da noch mal nach oben da 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 oder einfach easy oder easy goldner speer hier scheinen einige figuren zu fehlen guck mich immer so um da bin ich immer so leise noch ich will nicht nie klappt nie ok hier sind ja noch ich kann es gar nicht sehen hier war ja noch einer Adler Auge ist ja wachsam ist ja immer gehen wir mal einen schritt weiter mhm legend hat es nearwood hat vier waterspringen äh schrinkwasser grow water dead water and living water so sieht es wie wir haben einen von ihnen ok ok von clean das ist ja von clean mit wasser zu groß nur cool wie der gerade versucht auch hier auch mal amit ist wie der vorstatt gerade das versuche ich zu essen nur was man kriegt wie riesig diese blume ist ob das mit wasser zusammenhängt wahrscheinlich oh hier ist noch eh noch eh noch irgendwo eh noch es mir noch überall ist hier jetzt da was zu machen krass ich weiß sogar noch das kann man schon mal hier den Dingens wieder einsetzen äh da oben eh ne da fehlt noch weil Q Q Q kann ich das so machen oh nice ups ich will aber noch ne Glocke ich will aber noch nicht weiter gehen ich will erstmal hier drüben gucken was hier so gibt was hier so gibt vorsicht diese zunge sie gibt sich aus hier kann ich diesen vorsch zur ruhe bringen hm und so geht es doch nicht weiter hier brauch ich noch irgendwas scharfes muss ich wahrscheinlich das was im schleifen hier jetzt hier muss man das einsetzen so einen Snoopy sehe ich hier auch nicht irgendwo hier sehe ich auch keinen Snoopy mehr hier sehe ich auch keinen Snoopy mehr da muss ich mir ja wirklich erstmal dort nehmen na dann dort ist der sommer wieder dieser Weg ist ja bis zum Gnomer in der witte scheint sich jetzt zuverschauen sie ist jetzt unsere Widersacher mit bloßen Händen pflückt man keine Pilze ich brauche ein Messer Leuchtpilz Die hängt schon in der Sonne. Ok cool, ich kann die hier anbringen. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal da. Oh ja, spinne. Guck mal da. Boah, was soll ich denn finden? Da brauchen wir nochmal zwei Glocken. Da ist nochmal zwei Glocken. Oh hier. Sie sind so einsam ohne ihre Mutter. Guck mal da oben im Baum. Da klang die Glocke lässt nur den Nebel auf. Okay. Aber wir müssen glaube ich erstmal Rätsel machen jetzt. Yay, Rätselzeit. Dreh die Räder so, dass die Edelsteine auf allen vier Rädern mit den Edelsteinen in der Mitte übereinstimmen. Achso, muss ich grün zu grün bla 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 haben. Natürlich ist das natürlich dann wieder nie so, no? Jeder beeinflusst natürlich wieder jeden, no? Natürlich. Manchmal sind sie einfach, manchmal sind sie schwer, die Rätsel. Oh, das war's schon. Huch. Das war, das war vor Anfängerglück. Und hier eine Viole. Einen Kristallkrug. Ich weiß sogar schon, wo wir den einsetzen können in Kristallkrug. Und zwar. Da. Wuchswasser. Kann man jetzt hier was größer machen? Ich wüsste es jetzt nicht so. Leuchtpilz. Irgendwas abschneiden. Ne. Hier muss ich noch den Mutti finden. Hmm. Na, noch hält sich's in Grenzen von der Schwierigkeit, muss ich sagen. Noch geht's. Aber wer weiß noch, was hier noch kommt für Rätsel. Wimmelbildspiel. Ist ja bei Wimmelbildspielen manchmal so bei WBS. Dass dann irgendwann mal was kommt, was zu krass ist. Das kann ich nie größer machen mit dem Wuchswasser. Hm. Das ist alles hier noch was zu machen, krass. Spannende Sachen der Spannenden. Was hier noch so zu machen ist. Muss man ja echt mal gucken, was man noch machen kann. Diese Ratlosigkeit, die immer in den Wimmelbildspielen ist, ne. Wenn man grad nie weiter weiß. Hier komm ich noch nie ran. Hier hab ich schon was gemacht. Hier brauch ich noch Vernichtungsmittel. Wird's wahrscheinlich nicht mehr zu machen. Hier brauch ich was Scharfes. Hier muss ich noch was einsetzen. Und das hier. Der Baumsaft ist getrocknet. Vielleicht kann ich noch irgendwie abschneiden. Baumsaft. Wird auch Harz genannt. Die Blumen ist zu klein. Um den Käfer aus anzuziehen. Dann Bewuchswasser. Okay. Hm. Der Frosch schläft tief und fest. Und nochmal füllen. Da bin ich mir nicht sicher. Und hier ist euer Eltern Haus. Oh, sie kamen hier oft, als eure Mutter lebend war. Sie hat dein Vater mit ihrer Zeitbeschreibung geholfen. Meine Eltern. Sie lebten hier. Ich kann nicht warte, um einen Blick in die Seite zu bekommen. Okay. Guck mal hier oben. Take a look inside. Ich bin immer. Die sind ganz schön gut versteckt. So. Und hier gleich zwei. Und hier gleich zwei. Und hier gleich zwei. Und hier noch drei. Und hier noch bei äh. Die Tür ist abgeschlossen. Glocke. Wurste ich doch, dass man das nehmen kann. Die Tür ist immer nur abgeschlossen. Kann ich ihnen irgendwas machen? Hier brauche ich einen speziellen Schlüssel. Ist ja noch das Böse drin. Da ist wieder dieser dunklen Nebel. Der Kölk ist leer. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas reingießen. Tschüss, ich meine. Geht's hier noch weiter? Ja, geht's auch noch weiter. Oh. Ich habe diesen Ort in meinen Tränen gesehen. Also war es echt. Ich erinnere mich. Meine Eltern würden einen riesigen Schlüssel voll von Spielern bringen. Und ich würde hier Stunden spielen. Ja. Das ist aber sicher. Nein. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Nein. Oh. die würde sogar angezeigt was fehlt macht es noch mal nie zu einfach jungs so zufällig dann doch noch ist sehr geil sehr geil cool ach so das ist mal so ein neuer Ortes Rätsel ist das auch geil wo du so eine Form hast und die musst du dann finden die Form cool brauchen wir so eine Stäbe müssen wir finden hier brauchen wir so eine Stäbe jetzt müssen wir finden da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer jetzt fehlt nur noch das große Teil was ich nie weiss was es ist oder wie es denn aussehen könnte und so ein großes Teil hm naja irgend so ein großes Teil halt ja nein ja da sitze ich jetzt wieder hier und suche das große Teil äh was ist denn das überhaupt das große Teil ich weiß gar nicht was das sein soll ich weiß gar nicht was das sein soll wieder so verzweifelt die halt anzuklicken was man dann wahrscheinlich immer macht nur in seinem verzweiflungsakt ach so das ist so ein Netz gewesen ach so ein Netz haben wir uns gemacht wir können wahrscheinlich erstmal die Glocke anbringen gehen oder ja vielleicht keine schlechte Idee erstmal mit an zu bringen der klang der Glocke lässt den Ebel der Böse die brauchen wir immer noch die Mutti vielleicht gab es jetzt hier was Neues und jetzt das Tollkrug eine Ehenchip brauchen wir noch ach schlubbel wir können irgendwas an dem das nur das Rostding da oben na genau äh äh hier brauchen wir noch das ganze Wuchsmittel ach jetzt können wir den gerade fangen oder ja Regenbogenfretchen aber den werden wir jetzt mal gerettet so kleine kollege die auch mit denen da irgendwo ja genau na geht auch vielleicht nicht kann ich mich mal nehmen in dem Wasser wahrscheinlich nicht möchtest wir hier irgendwas machen ne no schade eigentlich ne wär zu fies ich weiß ich weiß ja mir fehlen nur einige Teile das ist mir schon bewusst was soll ich denn jetzt machen merkwürdig ich nun 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 denn äh hier ist noch was zu machen da vorne und hier an der Stato irgendwie wahrscheinlich noch ich brauch immer noch was scharfes wahrscheinlich mit dem hier ne ich brauch immer noch was scharfes hm hm